Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Ich hatte euch bereits ein Video dazu gemacht mit der Zusammenfassung zum Entwicklertalk. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt, dann checkt das Video auf jeden Fall ab. Sehr wichtige, geile Informationen zu Season 2 mit dem Content und vor allen Dingen auch, was wir neuen Endgame-Content bekommen, auch für den Eternal. Und nach dem Entwicklertalk gab es noch ein kleines Q&A und darum geht es heute, weil da sind ganz interessante Sachen gedroppt, wie zum Beispiel, dass es ein Reset-Button geben wird für das Paragon-Board beziehungsweise die Schriftrolle, womit man das Paragon-Board zurücksetzen kann, wird man kaufen können. Eins von den beiden wird passieren, genau haben sie es nicht gesagt, sie haben nur gesagt, ja, da wird was kommen zum Paragon-Board und dem Reset. Also entweder mit einem Klick alles auf einmal resetten oder man kann die Rolle kaufen. Die Rolle, wer es nicht weiß, gab es in Season 1 einmalig für den kompletten Account und die Rolle würde natürlich Sinn machen, wenn man die einfach kaufen könnte und so sein Paragon-Board immer zurücksetzen kann. Oder halt, wenn man einfach das Paragon-Board zurücksetzen könnte, mit dem man so eine Schriftrolle kauft oder halt eben mit einem Klick alles auf einmal. Ähnlich auch wie bei den Fähigkeiten, da geht das ja auch, wenn ihr hier die Fähigkeiten alle, ähm, ich stehe genau da vor, da steht es, können wir alle Fähigkeiten auf einmal zurücksetzen und genau sowas halt dann auch für das Paragon-Board wird sehr wahrscheinlich kommen. Dann wurde was dazu gesagt, zu wie viele Unix pro Season reinkommen sollen und es soll grundsätzlich so sein, dass es immer 6 sind, war ja auch in Season 1 6 Stück, aber für Season 2 bekommen wir 12 neue Unix. Die werden auch alle einfließen in die Unix-Tabelle von den einzelnen Bossen. Wie gesagt, schau dir das Video vom letzten Mal an, da hatte ich das erklärt. Jeder Boss lässt ja bestimmte Unix fallen und die werden auch damit einfließen. Das heißt, 12 neue Unix insgesamt, also ungefähr vielleicht jede Klasse 2 und dann nochmal 2 für alle, sehr, sehr geil. Duriel, der ist ja der Boss, den man besiegen muss, um die Uber-Unix zu farmen. Da gibt es zwei ganz wichtige Informationen. Erstens, natürlich, der ist Level 100, wird aber nicht so schwer sein wie Uber-Lilith. Das heißt, davor hatte ich auch ein bisschen Angst. Ihr müsst keine Angst haben, dass ihr den vielleicht nicht schafft. Der wird nicht so stark sein wie Uber-Lilith. Der wird schon stark sein, aber auf jeden Fall nicht so stark wie Uber-Lilith. Uber-Lilith wird immer noch das Nonplus-Ultra sein, immer noch der schwerste Boss im ganzen Game. Dann ist ganz wichtig, da ja die Änderungen kommen werden zu den Widerständen, wurde gesagt, ganz wichtig für Duriel vorher auf Gift gehen. Und da habe ich schon mal einen heißen Tipp. Wenn wir dann Giftresistenz brauchen, macht das einfach über den Schmuck. Ich würde vorschlagen, für jeder Boss hat eigene Widerstände, die ihr machen müsst, wie zum Beispiel das Icebeast, wahrscheinlich Eis. Dann machen wir einfach Eisjuwelen in den Schmuck und dann sollte das passen mit den Widerständen. Aber ganz genau wissen wir das leider erst am 10. Da halte ich euch auf jeden Fall auf den Laufenden. Dann noch ganz wichtig zu Duriel. Wir müssen ja Materialien, mit bestimmten Materialien, die wir nur von Bossen bekommen, etwas craften, um den herauszufordern. Und es kann sein, dass man gegen Duriel failed. Das heißt, man schafft den nicht. Dann kann man den nicht nochmal machen. Und die Materialien sind weg. Das heißt, auf jeden Fall sehr gut vorbereitet in Duriel reingehen. Vor allen Dingen vielleicht nicht alleine. Da mache ich gerne nochmal Werbung für unseren Clan. Wenn ihr noch keinen Clan habt, dann kommt ihr in unseren Clan. Wir haben noch Platz für 80 Leute. Ab Season 2 wird es ja wieder richtig abgehen. Er kommt auf jeden Fall da in den Clan. Übrigens, Clan wurde auch gesagt, es wird in Zukunft mehr Clan-Features geben. Was genau, wurde aber noch nicht gesagt. Außerdem wird es eine Funktion geben, das haben sich ja alle oder sehr viele gefreut, eine Funktion geben, womit man Builds speichern kann. Ähnlich auch wie in Diablo 3. Dass man quasi ein Build, der man spielen möchte, speichert. Und auch dann einen neuen Build kreieren kann. Wie viele Builds, was das kostet, wie das geht und so wurde. Und nicht gesagt nur, dass sie daran arbeiten und dass das kommen wird. Außerdem, das finde ich ganz interessant, wird es eine Funktion geben, wie in Diablo 3 mit Can-Eyes Würfel. Ihr erinnert euch, wenn ihr auf eure Fähigkeiten gegangen seid und dann ganz unten, zumindest bei der Playstation, hattet ihr die Möglichkeit, drei Eigenschaften einzusetzen bei Can-Eyes Würfel. Und sowas soll es auch in Diablo 4 geben. Man überlegt gerade, wie man das implementiert. und das wird auf jeden Fall in Zukunft kommen. Das heißt, wir können Aspekte extrahieren und diese Aspekte unabhängig von einem Item auf unseren Charakter-Slotten und Sockeln, nicht Slotten, Sockeln. Und dann haben wir diesen Effekt permanent sehr, sehr cool. Außerdem, das wurde ja schon gesagt, wird es Leader Awards ab Season 3 geben. Das war schon bekannt. Und ich wollte noch eine Sache hinzufügen vom letzten Video. Da hatte ich ja ganz am Ende gesagt, nachdem ich 25 Minuten gesammelt habe, dass Diablo 4 auch zu Steam kommt. Es wird so sein, dass ihr auf Steam natürlich nochmal 60 Euro zahlen müsst. Finde ich ein bisschen schade, dass wenn ihr dann quasi von dem Blizzard-Launcher weggehen wollt auf Steam, müsst ihr nochmal 60 Euro löhnen. Für alle, die das Game jetzt schon haben auf dem Launcher, finde ich es ein bisschen doof gemacht, aber ja, schade. Am 10. Oktober folgt ja der Campfire-Talk, den werde ich auf jeden Fall auch mir anschauen, euch mitteilen, was da interessant gedoppt wurde. Es wurde gesagt, alle oder so gut wie alle Unix bekommen Balance-Änderungen. Jede Klasse wird wieder Balance-Änderungen bekommen. Es wird Balance-Änderungen zu Verwundbarkeit, Crit-Schaden und Überwältigungsschaden geben. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne ein Follow da lassen, würde ich mich sehr freuen. Gerne ein Like auf dem Video lassen. Schreibt mal unten in die Kommentare, ob ihr genauso gehypt seid, wie ich auf Season 2. Ich habe so unfassbar Bock. Ich würde am liebsten jetzt sofort losspielen und richtig schön rein in die Season 2 suchten. Schreibt es mal wie gesagt unten in die Kommentare. Würde mich sehr über ein Like freuen. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.